Hallo und herzlich willkommen liebe Community, hier ist der Chris und es geht heute wieder um Elektronik. Ja, ihr seht hier die Platine meiner elektronischen Last in der Version 0.1. Es geht aber gar nicht um die Last, sondern es geht eher darum, dass wenn man dann eine Platine hat und sei es man hat sie selbst gefertigt oder jemand anders, dann hat man ja einen Haufen Beutel mit kleinen Bauteilen. Man hat eine Platine und dann kauft man sich so einen Halter, da klemmt man die Platine rein und hat sich einen Lötkolben gekauft und dann geht es los, dann wird gelötet und jetzt wollen wir R9 bestücken. Hm, R9, ja, R9, äh, okay. Habe ich eine Zeichnung? Vielleicht habe ich eine Zeichnung, okay. R9, R9, R11, R10, R6, R5, wo ist R9? R2, ja, das heißt das hier ist ja nicht komplex, aber wenn es mal komplex wird, ja, hier ist übrigens R9, hier unten links, ja, da ist R9. Wenn es dann mal komplex wird, dann stellt man sich die Frage, verdammte Axt, woher weiß ich denn jetzt, wie groß ist R9? Da muss ich jetzt hier den Plan aufhaben, dann muss ich hier das PCB aufhaben, dann habe ich hier, wo ist hier R9? Habe meine Platine in der Hand und habe keine Ahnung, wo R9 ist, dann suche ich und suche ich und suche ich. So macht man das nicht, ja. Man macht das mit einer sogenannten BOM, einer Bill of Material und die hat nämlich auch verschiedene Aufgaben. In dem Fall müsst ihr jetzt eine Platine bestückt haben und, beziehungsweise gezeichnet haben und dann habt ihr hier oben dieses B. Ja, hier im PCB, wenn ihr hier bei elektronische Dingsbums guckt, habt ihr hier auch eine BOM, ja, die könnt ihr auch nehmen. Ich mache es hier immer über das PCB, da habt ihr hier auch die GABA-Files und so weiter und so fort, aber wir nehmen hier oben die BOM und dann drücken wir drauf und dann haben wir hier eine Bill of Methyl. Das heißt, wir sehen den Wert des Bauteils, wir sehen, welches bezeichnet ist, also in dem Fall suchen wir jetzt mal R9, haben wir ja gesagt, R9, hier ist R9. R9 ist ein 10 Kiloohm Widerstand in der Größe 1206. Und wenn wir schon mal den Widerstand holen, dann nehmen wir gleich vier Stück, ja, weil wir sehen, wir brauchen hier vier Stück und das ist die Nummer von LCSC, die ich halt bestellt habe. So, okay, alles ist gut, habe ich diese Widerstände, habe ich jetzt R9. So, jetzt mache ich die BOM wieder zu, jetzt habe ich, wo ist R9, 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 ich finde es nicht, hier ist R9, hier ist R9, da ist er. So, R9, haben wir ja von, können wir bestücken. R6 ist gleich daneben, lasst uns mal R6 bestücken. Okay, wir machen wieder die BOM auf, nein, nee, das ist alles irgendwie doof, so funktioniert das nicht. Okay, was können wir machen? Wir können die BOM exportieren. Ja, wir exportieren die BOM, alles klar. Wird ein Excel-Pfeil draus, sieht dann so aus, ja, so sieht das aus. Ja, ja, gut, können wir uns hier so großziehen, können wir hier so R9, 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 wo ist hier R9, hier ist kein R9, U9, U, ja, also wir stellen fest, boah, das ist alles irgendwie, hier ist R9, guck mal, hier, das ist alles irgendwie, äh, ja, so, also, was machen wir? Ja, ha, wir machen einen Trick. Wir erstellen uns die sogenannte IBOM, die interaktive Bill of Material und das ist ein Plugin und dieses Plugin könnt ihr euch runterladen. Ich packe euch den Link in die Videobeschreibung. Das ist hier ein, für Easy EDA, eine Extension, die es eigentlich auch für andere, für Kik hat und so weiter, aber der Autor oder wer auch immer hier, der Turbo Babber, der hat das exportiert oder gebastelt, der André, auch für Easy EDA. Ja, und da steht auch hier, was man machen muss, man muss halt diese ZIP-Datei runterladen, dann muss man die entpacken und dann geht man einfach hier oben bei Einstellungen, nee, gar nicht, bei Erweitert, Erweiterungen und dann sagt man Einstellungen für Erweiterungen, dann sagt man Ladeerweiterung und dann muss man alle Dateien, die man runtergeladen hat, also quasi die hier in diesem ZIP drin sind, die man ausgepackt hat, die muss man alle markieren, das steht hier, seht ihr, alle markieren und OK drücken und OK drücken und dann ist hier die Extension iBomb aktiv und die ist natürlich aktiv in der PCB-Ansicht, weil ihr seht, wenn er hier die elektronische Ansicht macht, hier oben steht nichts mit iBomb und wenn er aber, also quasi die Schallplan-Ansicht, wenn er hier auf die Platinen-Ansicht geht, dann seht ihr, hier steht hier oben iBomb und da können wir sagen, wir können die HTML generieren und downloaden, wir können auch einfach Launch sagen oder Launch und das ist die wunderbare, geile iBomb, ja, also die ist wirklich, wirklich cool, wenn ihr zum Beispiel sagt, wir suchen R9, ja, hier ist R9, R7, R9, R5, R6, R10 sind alles drei gleiche Widerstände oder vier, fünf eigentlich, eigentlich sind es nur vier, sage ich euch auch gleich warum, wir lassen das angeklickt, gehen mit der Maus raus, ja, dann sehen wir, wir brauchen fünf Stück und wir sehen, wo die sind, zacki, zacki, bing, bong, können wir die einlöten, so, jetzt können wir natürlich uns auch iBomb noch einstellen, ja, das heißt, wir sehen also hier, welche Widerstände sind das, welche Größe haben die, welche Bauform und wie viele brauchen wir, das heißt, wir können dann losgehen, können die holen, hier gibt es aber leider noch ein Problem mit der iBomb, aber wie gesagt, da komme ich gleich noch dazu, wir haben hier oben ein paar Einstellungssachen, wir können also hier zum Beispiel sagen, wollen wir das jetzt in dieser Ansicht haben, wollen wir das in dieser Ansicht haben, mit den Netzen, wollen wir das in dieser Ansicht haben, ich finde die jetzt ganz nett, wir können hier auch suchen, ja, also wenn wir zum Beispiel sagen R9, ja, dann sehen wir, ah, hier ist R9, ja, also wenn ihr jetzt ein bestimmtes Bauteil sucht, wir können ja zum Beispiel mal U2 suchen, dann wissen wir, ah, hier ist U2, ja, es gibt U20 auch noch, das heißt, da muss man dann halt ein bisschen gucken, U2 ist jetzt hier der 32, 31, okay, haben wir gefunden, ja, also suchen kann man den iBomb auch, so, ihr seht hier auch, wenn ihr die anklickt, die Bauteile, wo die Tracks hingehen, ja, ihr könnt euch also auch die Tracks angucken, wenn ihr die Pads anklickt, das heißt, ihr seht also auf der Vorderseite und auf der Rückseite, ihr könnt hier mit dem Mausrad und mittlere Maustaste, könnt das hin und her schieben, da seht ihr quasi die Leiterbahnen, ja, ihr seht also hier, diese Leiterbahn geht hier rüber, geht hier oben mit dran, geht hier rüber, geht hier runter, minus 5 Volt, ja, so, gucken wir mal, wo geht SCL überall hin, ah, alles klar, SCL geht überall hin, also das sind so Dinge, die ich total geil finde, weil ihr dann tatsächlich genau seht, wo was hingeht, ihr seht die Vias, die Durchkontaktierungen, alles, also wirklich, wirklich, wirklich geil, so, dann können wir uns natürlich das Ganze so anzeigen, dann haben wir nur die Liste, wir können mit Front und Back, wir können Front und Back auch nach hier unten machen, ist kein Problem, ich finde das aber so sehr schön, wir können nur die Front, nur die Rückseite und, ja, die beide können wir auch anklicken, hier haben wir noch ein paar Einstellungen und da ist auch sehr, sehr, sehr schön, wir können hier die Checkboxen, die ihr links seht, die können wir festlegen und in dem Fall habe ich jetzt gesagt, bestellt, platziert, gelötet, ja, das heißt, ihr könnt also hier Haken machen, habe ich die schon bestellt, okay, warte hier, F3 ist eine Sicherung, habe ich schon bestellt, habe ich schon platziert, ist schon auf der Platine und ich habe sie auch schon verlötet, so, ja, und damit seid ihr eigentlich safe, das heißt, ihr wisst, das ist schon fertig und wenn ihr dann weiter bestückt und weiter bestückt und dann irgendwann überlegt, hm, habe ich jetzt schon alles, habe ich schon alles, dann braucht ihr hier bloß gucken, habe ich bestellt, habe ich platziert, habe ich schon gelötet, ja, und so könnt ihr im Prinzip alles hier wunderbar anklicken und ihr könnt die auch selber festlegen, ihr könnt jetzt hier auch sagen, gelötet, Komma, lustig, so, dann gibt es hier einen lustigen Haken, den könnt ihr auch noch reinmachen, ja, also ihr könnt die Album jederzeit so benutzen, ihr könnt sie dann auch hier wieder speichern, ja, das ist halt auch wichtig, dass man dann diese Sachen, die man hier geändert hat, auch speichert, die werden aber auch gespeichert, also keine Angst, die Checkboxen werden dann gespeichert und, ähm, man kann natürlich auch Sachen darken, wenn checkt, also wenn zum Beispiel gesagt, okay, es ist schon gelötet, ja, dann wird das hier grau, ja, das heißt, okay, da wissen wir, die haben wir schon gelötet, wenn wir jetzt zum Beispiel die hier wieder raus machen, äh, gelötet wieder raus machen, wird die wieder hell, ja, machen wir die anderen drei hier an, bleibt sie auch hell, das heißt, wir sind lustig, wir haben sie bestellt und platziert, aber nicht gelötet, das heißt, die bleibt weiß und wenn wir sie gelötet haben, dann wird sie grau und wir wissen, ah, haben wir schon gelötet, dann brauchen wir da gar nicht mehr hingucken, brauchen wir nur nach den weißen Sachen gucken, ja, so, alles soweit geil, ja, so, und das ist halt das Coole, dass wir hier eigene Dings machen können, eigene Checkboxes und dass wir auch den ersten Pin können wir uns anzeigen, ja, denn sehen wir, der hat immer hier so ein Zeichen dann, ja, wenn ihr jetzt wissen wollt, wie rum die da rein müssen, die Bauteile, ist zum Beispiel auch sehr schön, also super, super cool, man kann auch die Values anzeigen, aber da, seht ihr schon, das wird dann ein bisschen unübersichtlich, ja, deswegen habe ich das mal weggelassen und, ja, das ist auch der Dark Mode, der cool ist, der Fab Layer, den haben wir jetzt nicht, wir können es auch Fullscreen machen, spielt keine Rolle, das ist die iBomb, ja, wir machen sie wieder zu, wir gehen wieder in unser, oh, ich habe jetzt mein Easy EDA komplett zugemacht, das ist natürlich total geil, machen wir es nochmal auf und laden das nochmal, wo ist denn hier meine elektronische Last, hier ist mein Do-It-Yourself PCB, iBomb Launch, genau, und da sehen wir auch, dass das gespeichert wurde, ja, das ist lustig, hier steht hier noch drin, also ihr braucht keine Angst haben, das wurde alles gespeichert, ihr müsst hier oben auf das kleine X klicken, dann geht die iBomb wieder zu. Das finde ich zum Beispiel sehr cool, weil mit dieser iBomb kann man auf jeden Fall besser arbeiten, als mit dieser komischen Excel-Liste, ja, weil, ja, klar, wir haben hier jetzt noch irgendwie die Bezeichnungen, die vielleicht auch mal interessant wären, ja, dass man mal gucken kann, ja, welches Bauteil war denn jetzt U1 eigentlich, aber das sieht man ja im Prinzip auch in der iBomb, ja, das kann man sich da auch angucken, das ist also auch möglich. Und ich finde das schon ziemlich cool, weil, ja, hier dann auch steht, was es ist, ja, bei Value zum Beispiel steht ja hier irgendwas, zum Beispiel, das ein Ad-Mega ist und das ist hier der AD-5693, ist U1, also hier steht ja alles, was was ist, ja. Und was auch schön ist, wie gesagt, hier hinten steht Quantity, ihr wisst also ganz genau, wie viele Bauteile ihr dann aus eurer Kiste rausnehmen müsst. Jetzt kommen wir dazu, was das Problem ist bei iBomb. Ich weiß nicht, ich habe schon ein Issue geschrieben an den Macher, ich weiß nicht, ob er den schon bearbeitet hat, wir können ja mal gucken, können ja mal gucken. Und zwar, iBomb is summarizing components with the same value, but different part number. Ja, oh, hat er noch gar nicht gelesen, das ist schade, weil, was passiert hier, zeige ich euch, wir sehen ja hier bei R10 zum Beispiel, R10 ist ein 10 Kiloohm Widerstand und der landet hier natürlich mit in der Liste der 10 Kiloohm Widerstände, aber R10 ist ein anderer Widerstand und wenn ihr das wisst, dann müsst ihr in der Schaltung anders arbeiten. Also passt mal auf, R10 ist hier unten, R10 ist ein 10 Kiloohm Widerstand, wie all die anderen, die da in dieser Liste waren, ja. Aber R10 ist ein 0,1%er, das heißt, wir haben ja hier eine ganz andere Partnummer, ihr seht hier, die Partnummer ist 31, irgendwas mit 43 hinten und wenn ich diesen 10 Kiloohm Widerstand angucke, der hat eine ganz andere Nummer, ja, der hat hinten die 49 und der hier hat hinten die 43. Für iBomb sind das beides 10 Kiloohm Widerstände und deswegen packt es die beide in eine Gruppe und das ist aber leider falsch, denn es sind zwei unterschiedliche Widerstände, ja, denn dieser R10 hier ist ein 0,1%er, das zeige ich euch auch nochmal, wobei ich jetzt hier glaube ich kein 0,1%er drin habe, sondern 0,5%, ja, hier ist ein 0,5%er, ich habe aber 0,1% bestellt, wegen Spannungsteiler und so, ja, die sind ein bisschen genauer und der hat jetzt 0,5%er und wenn wir uns den jetzt mal angucken, dann müssen wir jetzt wieder ins Leere klicken, Datenblatt anzeigen, da sehen wir, das ist ein 1%, ja, Ihr seht also, das sind zwei unterschiedliche Widerstände, die aber die gleiche Bauform haben und den gleichen Wert, also 10 Kiloohm und deswegen packt iBomb die Leider, muss man sagen, in dieselbe Reihe, ja, also ihr sehtet hier, R10 und sagen wir mal R9 sind nicht die gleichen Widerstände, also da müsst ihr wirklich aufpassen, dass ihr euch vorher nochmal den Dings anguckt, den Plan hier, ob es Widerstände gibt, die andere Prozente haben, das sieht man in der normalen iBomb, ja, wenn ihr hier mal die normale iBomb anguckt, hier ist R10 einzeln, seht ihr das? Ja, also ihr solltet, bevor ihr die iBomb verwendet, mal die normale Bill of Material rausschieben und gucken, ob irgendein Widerstand, zum Beispiel R8 hier, ist ein einzelner Widerstand, der ist 200 Kiloohm groß, es gibt aber keine anderen 200 Kiloohm Widerstände, dementsprechend ist das okay, wir können ja, können wir das mal hier sortieren, ach ich habe keine Ahnung von Excel, ist egal, jedenfalls ihr seht hier, R10 ist hier in dieser Bomb anders als R9, ja, obwohl das derselbe Widerstand ist, also derselbe Wert hat, 10 Kiloohm, ist leider sehr schade, also da müsst ihr wirklich aufpassen, guckt euch vorher die normale Bomb an, habt ihr einen Widerstand und wisst ihr, dass ihr einen Widerstand habt, der sich von den anderen unterscheidet, in dem Fall jetzt zum Beispiel von der Genauigkeit, dann müsst ihr aufpassen beim Bestücken, weil dann ist natürlich der wunderschöne R10 hier, ist dann kein 10 Kiloohm Widerstand, der normal ist, sondern das ist dann halt ein anderer, das ist leider, wie gesagt, ein Problem, ich habe das hier schon gepostet, aber leider gab es noch keine Antwort, das ist schon zwei Wochen her, ich hoffe, dass da noch was passiert, ich glaube eher nicht so, weil wir sehen es hier, seit drei Jahren wurde hier nichts gemacht, also gehe ich davon aus, dass hier nichts weiter passiert, man kann natürlich versuchen, den Turbo-Barbara hier nochmal anzuschreiben, den André, ob er dann eventuell reagiert und das fixen kann, vielleicht mache ich auch einen Fehler, also oder jemand von euch kann dieses JSON-Kram hier, diesen Schnatter hier und kann das eventuell anpassen, das wäre vielleicht auch mal ganz cool, dass der die nicht gruppiert nach Werten, Werten, sondern dass er auch guckt, ob die Nummern sich unterscheiden zum Beispiel. In dem Fall ist es jetzt ein R1206 und dementsprechend wird er den so machen. Was ihr natürlich machen könntet, wäre, wir könnten zum Beispiel einen anderen Footprint erstellen, der auch 1206 ist, wir haben ja hier, gucken wir mal hier, wenn wir jetzt mal hier R10 angucken, der hat ja einen speziellen Footprint, in dem Fall R1206 und wir könnten jetzt zum Beispiel einen 1206er anlegen, der zum Beispiel 12061 heißt und ich glaube, dass er dann woanders hinpackt, dass er dann zwar 1201 hat, aber ihr seht mit kleineren Oberflächen so, aber dass er den dann eventuell woanders hin tut, das weiß ich nicht, das habe ich auch noch nicht ausprobiert, aber das könnte man zum Beispiel auch machen, weil ich mal davon ausgehe, dass er das nach, er macht das nach Wert, 10 Kiloohm ist 10 Kiloohm und er wird es wahrscheinlich nach Typ machen 1206 und deswegen gruppiert er die, ja, also da muss er noch nacharbeiten, aber wie auch immer, das ist nur etwas, was ihr beachten müsst, wenn ihr die I-Bomb verwendet. Bei einer normalen Bomb, seht das ja, ist er ja einzeln. Gut, also das war's, wollte ich euch mal zeigen, I-Bomb finde ich ziemlich cool, benutze ich auch sehr viel, macht richtig viel Spaß da irgendwie drin rumzuklicken und sich hier irgendwelche eigenen Sachen zu machen. Man kann sich alles angucken wunderbar und kann sich dann freuen und kann wunderschön bestücken und weiß auch welches Bauteil wohin muss und welche Größe das zum Beispiel hat. Sehen wir hier zum Beispiel Kapasitor SMD, ja, Länge, Breite, alles klar, super, 100 Mikrofahrrad, da ist er auch. Ja, wenn man hier so seitlich raus geht, also hier zum Beispiel 100 Mikrofahrrad, geht man seitlich raus, dann bleibt er aktiv und dann sehen wir, wo er ist, ja, da ist er. Juti, das war's schon zum I-Bomb, ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt Spaß gehabt und wir sehen uns im nächsten Video, ja, Stationiers geht bald weiter, auf den Mond natürlich, ist ja klar, habe ich euch ja versprochen. Bis dann, tschüss, euer Chris.